Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt, für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es hört mir jetzt erst richtig klar. Ja, dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja? Ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Okay. Hier, Jan. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bede? Was jeder wollen, es geht's. Hurra! Alle man bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Ions, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Badger 01, die Bereitschaft. Alle Kapseln einsatzbereit. Verstanden. Landung in Planverschlaf 3159. Wiederhole 3159. Überprüft und verifizieren. Allemann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey! Seh dich auf der anderen Seite! Spaceman! Schwerer Feinbeschuss in unserem Landevektor! Verstanden, Badger 01. Pass auf der anderen Seite! Festhalten! Mitchell, das Schock schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Jetzt! Flammepunkt zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Verstanden! Haltet die Augen offen, Leute! Haltet die Augen offen, Leute! Vorsicht! Liste! Okay! Wir müssen zum Boden runter und zu Sprengtien einstoßen! Ja, Sir! Wir müssen zum Boden runter und zu spren! Liste, Ver reputationen! Kontakt! Kontakt! Hier ist es! Verhalten! 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 auf dieser seite geht steil runter hier drüben haben wir platz wir müssen runter springen macht eure booster bereit denkt dran kontrolliert mit kurzen schieben den fall alles klar der kommandoposten sollte davon sein wer zum teufel seid ihr 227 geben sprengteam 1 unterstützung die sind schon abgerückt dachten ihr wer tot wie ist deren position zwei kilometer nordwestlich plan quadrat 775 verstanden haltet die augen auf